Hallo allerseits, wir versuchen alle da zu helfen, wo wir können und in der Ukraine entsteht gerade unsagbares Leid. Deshalb möchte ich gerne mit ein paar Aktions-T-Shirts und Pullis helfen. Es gibt die Let Love Be Your Energy Kollektion, jetzt in ganz kleiner Auswahl, und zwar einmal als T-Shirt und einmal als Pulli mit der Rose in Flaggenfarbe der Ukraine. Alle Gewinne an diesen Produkten, die ihr kauft, werden an die UNICEF gespendet und zwar vollständig. Ich hoffe, dass wir gemeinsam eine schöne Summe zusammenbekommen, um den Kindern zumindest in der Ukraine und dadurch vielleicht auch den Eltern und denen, die betroffen sind, zu helfen. Also folgt gerne dem Link und holt euch einer der T-Shirts und Pullis, damit wir gemeinsam spenden können. Vielen Dank.